DSH Vorbereitungskurs Textproduktion Gewalt in den Medien Teil 1 Seite 2 Liebe Studentinnen, lieber Student, liebe Prüfungskandidaten, formulieren Sie bitte mit Hilfe des vorgegebenen Wortschatzes einen zusammenhängenden Text. Und zwar jetzt zum Hauptteil A, Gewalt im Fernsehen. Beispielsatz wäre, die Gewalt, die heute im Fernsehen gezeigt wird, hat in den letzten Jahren zugenommen. Stimmt das? Ist das richtig? So bitte machen Sie jetzt allein weiter und lassen Sie am besten Ihr Geschriebenes von einem Deutschen, einem Muttersprachler korrigieren. Viel Erfolg auch für die Prüfung und in der Prüfung. Tschüss.